So, Servus und herzlich Willkommen zu Business Hoch 3, dem Web3-Podcast für Unternehmen. Wer bin ich? Mein Name ist Lorenz, ich bin der Host dieser Show und ich bin absoluter Web3-Enthusiast. Mit meinem Podcast möchte ich dir helfen, einen Einstieg ins, wie ich sage, echte Web3 zu finden, damit du diese Chance, dieses Trendthema und ja diese förmliche Revolution nicht verpasst. Für wen ist dieser Podcast hier also? Wenn du auf der Suche nach dem nächsten Body-Part-Clapp bist, nach dem nächsten großen NFT-Projekt, dann bist du hier leider falsch, aber wenn du Unternehmer, Investor, kreativer Mitarbeiter in einem Unternehmer bist und Interesse daran hast, wie Unternehmen vielleicht eben sogar dein eigenes von Web3 profitieren können, dann bist du hier goldrichtig. Um was geht es also? Simpel und einfach, es geht ums Web3 und vor allem deinen Mehrwert aus dem Web3. Das heißt, es wird um Use Cases gehen, die dein Business auf verschiedenste Arten und Weisen stärken können und vor allem fit für die Zukunft des Internets machen. Ob du hier jetzt nur stundenlange Monologe von mir finden wirst? Nein, nicht wirklich. Also natürlich wird es auch das geben, Solo-Podcast-Folgen über die ein oder anderen Web3-Themen, aber ich möchte ja auch spannende Personen hier im Podcast haben. Das heißt, ich werde mir Gäste einladen, die einerseits Unternehmer, Kreative, Investoren und so weiter sind, die noch nichts mit dem Thema Web3 am Hut haben. Das heißt, die noch einen Start in diese Welt finden wollen. Und andererseits sind das Unternehmer, Kreative, Investoren und so weiter, die schon erste Projekte im Web3 umgesetzt haben oder schon erste Projekte im Web3 umsetzen, die dir von ihren Learnings, von ihren Fehlern erzählen können, damit du die Fehler nicht noch einmal machen musst und von ihnen lernen kannst. Ah ja, stimmt, der Call to Action, der fehlt dir noch. Also folge meinen Podcast, bleib dabei im Web3 und bis bald. Ciao.